Also ich glaube junge Menschen in Ostdeutschland brauchen Strukturen, die ihnen die gleichwertigen Lebensbedingungen in Stadt und Land gleichermaßen sichern. Sie brauchen eine starke Gemeinschaft, in der sie Teil dieser Gemeinschaft sind, in der sie gehört werden, in der sie ernst genommen werden und wo sie auch entsprechende Entwicklungsbedingungen vorfinden, um sich selbst individuell in dieser Gemeinschaft entwickeln zu können.